Hallo liebe Star Wars Freunde, hier ist das HD Update von meinem Uta Pau Diorama. Obi-Wan Kenobi kämpft gegen General Grievous. Die Plattform mit den Figuren gab es zu kaufen. Ich habe Obi-Wan einfach an seinem Ärmel an die Außenkante der Plattform gehängt. Und die Hintergründe und der Boden sind einfach Farbkopien. Das Boga mit Obi-Wan klebt auch an der Wand. Und auf dieser Seite seht ihr noch Commander Cody mit seinen Jungs. Der Himmel ist auch beklebt mit Farbkopien. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich bitte. Vielen Dank.